Was mich besonders beeindruckt hat, als ich in Peru war auf meiner Projektreise mit World Vision, ist die Tatsache, dass die Projekte, die Hilfe, die von World Vision an die Menschen herangetragen wird, nicht nur ankommt, sondern dass sich die Menschen auch mit dieser Hilfe identifizieren. Sie betrachten das als ihr eigenes Projekt, an dem sie selbst mit Begeisterung mitarbeiten und durch diese Identifikation, da entsteht Großes, das multipliziert sich und dadurch wird Hilfe von außen eines Tages dann nicht mehr nötig.